Wir leben gerne in Hamburg. Die Elbe, der Kiez, der Fußball, die Alster und natürlich die Menschen machen Hamburg unverwechselbar. Wie geht es weiter in unserer Stadt? Welche Themen bewegen Sie? Wie würden Sie Hamburgs Zukunft gestalten? Mein Hamburg soll sichere Straßen und Radwege haben und das Fahren mit Bus und Bahn muss erschwinglich sein. Ich möchte mit meinen Kindern am Elbstrand sitzen und den riesigen Frachtern zugucken. Dann stelle ich mir vor, dass sie später mal im modernsten Hafen Europas arbeiten. Ich will den Atomausstieg. Hamburg soll auf erneuerbare Energien setzen. So schaffen wir tausende neue Arbeitsplätze. Ich wünsche mir ein sicheres Hamburg. Dafür brauchen wir eine gut ausgestattete Polizei. Wir brauchen mehr bezahlbare Wohnungen in Hamburg – in jedem Stadtteil. Deshalb werden in meinem Hamburg endlich wieder Wohnungen gebaut. In meinem Hamburg gibt es keine Studiengebühren. So kann ich mich aufs Studium konzentrieren, statt die meiste Zeit zu arbeiten. In Hamburg sollte jeder gleiche Chancen haben. Das geht nur mit der bestmöglichen Bildung für jeden Einzelnen – unabhängig vom Geld der Eltern. In meinem Hamburg muss ich mir keine Sorgen machen, ob ich mir einen Kindergartenplatz für mein Kind leisten kann. Ich wünsche mir eine pulsierende Metropole, in der jeder frei und sicher leben kann. Mein Hamburg ist stark und solidarisch. Wie soll unser Hamburg aussehen? Reden Sie mit. Wir hören zu. Lassen Sie uns Hamburg gemeinsam gestalten. Eltern fragen, wie ein bisschen Kind. Ich freue mich. Musik . Vielen Dank.